Bei Gefahren lagen alle Handynutzer per einfacher Textnachricht warnen, unabhängig vom Alter des Geräts oder einer installierten App. Was in anderen Ländern etwa den USA längst gang und gäbe ist und als Cell Broadcast bezeichnet wird, kann nun auch in Deutschland eingeführt werden. Die dafür notwendige Änderung des Telekommunikationsgesetzes hat heute das Bundeskabinett in Berlin beschlossen. Zusammen mit der Bundesnetzagentur, dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und den Mobilfunknetzbetreibern würden nun die technischen Details ausgearbeitet, teilte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier mit. Bundesinnenminister Horst Seehofer erklärte, Cell Broadcast werde die etablierten Warnmethoden wie Sirenen, Apps und den Rundfunk ergänzen. Nach der verheerenden Flutkatastrophe Mitte Juli wurde die fehlende Möglichkeit des Cell Broadcast scharf kritisiert. Vergangene Woche hatten sich daraufhin Bund und Länder auf eine schnelle Einführung geeinigt. Wann die Technik final anläuft, ist noch offen.